So, also, mit etwas Verzug. Ich bitte um Entschuldigung, aber da hat eine Urkunde wohl irgendwie gefehlt. Damen-Doppel-C-Klasse, Stadtmeister, erster Platz, Anna Adler und Anja Poveleit, TSV Klein-Schwarze-Nohe, TSV Wien-Klein. Ja, und bitte nochmal zur Theke. Ja, er hat eine schließlich Angst vor dem Schienen, dass er hier in Höchstadt hat, hat in Höchstadt jetzt auch seine Kontakte und die Familie mit der Gänzer Schule. Bitte? Nur die Ersten sollten mit hier kommen. Die Ersten oder die Zweiten? Ja, er hat sie mir alle gemacht.